Die nehmen eine mein Vermögen für das Zeug ab. Ein Zehner für jeden sollte reichen. Hier, nehmen Sie ein Wasser. Ich zahle es für Kate gern mit. Hier sind 20. Können Sie wechseln? Nein. Ich meine, vielleicht kann jemand rausgehen. Ist gut, vergessen Sie es. Vergessen Sie es hier. Wo bezahle ich das? Das ist umsonst. Wirklich? Ja, wir sind im Weißen Haus. Die Snacks sind umsonst. Was? Der General, er hat uns die Snacks bezahlen lassen, aber die sind umsonst. Grauser Gott. Ich habe es mir immer und immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Und ich kann es immer noch nicht begreifen. Er ist ein Drei-Sterne-General. Er arbeitet im Pentagon. Wieso lässt er uns Snacks bezahlen, die umsonst sind? Vielleicht ist er einfach scharf auf Macht. Weißt du, auf jede Art von Macht. Es ist, als hätte er gewusst, dass ich irgendwann rausfinden würde, dass die Snacks im Weißen Haus umsonst sind. Weißt du, was ich meine? Das war nur ein Machtspiel. Ja. Ich bin mir immer wieder, Untertitelung des ZDF, 2020